so herzlich willkommen zurück ja wir müssen jetzt in abraxas tour machen da gibt es auch den opferdolch zu finden und da finden auch diese nonne das wird interessant man soll sich gut vorbereiten ich denke ich bin gut vorbereitet ich habe eigentlich genug ja ich habe mir mal eine komplett lösung dessen einführungstext schon gelesen habe viele letzt player aufgegeben okay ich glaube es ist sehr für das let's play sehr sehr gewollt dass ich mir die den lösungsweg zu hilfe nehme da ist er so abraxas tour so ich will nochmal speichern für den fall dass irgendwas passiert der lässt es gut gehen dieser penner das muss man lassen das muss man ihm lassen das wird keine einfache kiste gigantisch faszinierend naja mein schloss ist größer angehbar ich hoffe wir haben genug heil und bluttränke das wird ein harter weg im notfall benutzen wir den flucht zauber das wird ein merkwürdiges skelett das wird ein merkwürdiges betrifft 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 das wird hart ähm blutzaugen müsste ich eigentlich machen ich will trotzdem noch alles angucken Ah, wirklich viel haben die nicht. Da ist die Frage, ob es hier vielleicht sinnvoller ist, einfach drauf zu haben. Gekloppt. Und nicht. Und nicht Blut zu saugen. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Kann ich klagen. Ähm. Nee, ich merke Blutflaschen. So, das habe ich. Ähm. Hier gibt es natürlich viele, viele Sachen zu entdecken, die würde ich gerne mitnehmen. Ich gucke hier immer so links ein bisschen auf den Lösungsweg. Ich werde mir hier auch wirklich viel, viel Zeit nehmen. Ähm. Starke Seele 13. Das ist noch in Ordnung. Hier gibt es einen Keller. Ein Drachenzommi. Ruf auf die Sau. Ist okay. Ist okay. Ich versuche einfach zu gucken, ob ich hier so einen Überblick bekomme über die ganzen Wege. Ritterkrallen. Lebensruhne, das ist schon mal ganz gut. Okay, lass mich mal was überlegen. Also ein Drachenzombie ist kein Problem. Ich rush es nicht durch. Ich werde den Turm nicht am Stück machen. Ich werde gucken, dass ich halt so nach 30 Minuten gucken, wo ich schlauerweise einen Cut setzen kann. Hier einfach drauf, draufkloppen, 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 draufkloppen. Wenn ich Blut brauche, ich habe genug Tränkel. Es ist ganz gut, dass ich doch die Vampirrüstung schon habe. Bis auf die Vampirhelme. Die sind natürlich ein bisschen doof, aber okay. 53, 537. Ich muss nur mal aufschreiben, wann das nächste Level abkommt. Also nicht aufschreiben, sondern irgendwie... Ach, wieso mache ich das nicht hier über das iPad? Jo. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Egal. Hier gibt es bestimmt Fallen. Lass mich raten. Stimmt hier oben irgendwo? Tazuki. 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 Hä? Tazuki. Tazuki. Alter Schwede! Boah! Warum müssen die immer bohren? Ich weiß nicht, warum warum die hier alle... Ich weiß nicht, hier in diesem Haus kommen komische Sachen von sich. Da wird immer gebaut und gebohrt und hast du nicht gesehen. Irgendwie total komisch. Ähm, okay. Von Damage her bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich möchte natürlich den Kram mitnehmen. Gut, macht aber nichts. Durch die Vampirallung ist es einfach wunderbar. Gut, habe ich das schon nochmal. Ähm, wie gesagt, ohne Dingsbums kannst du es hier echt vergessen. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, okay. Okay, sonst gibt es hier auch nichts. Super. Entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen nervig ist. Das wird so ein Part, wo ich wirklich jetzt permanent hier so ein bisschen nachgucke und mir ein bisschen überlege, wo ich lang muss. Ähm, ich finde super. Das ist wirklich der Grund, wo ich jetzt nach Komplettlösung wirklich arbeite und mir so ein bisschen... Also nicht direkt, dass ich jetzt durchrasche, aber dass ich so ein bisschen nachgucke und mir ein bisschen, ähm, das hat mit Sinn und Verstand mache. Weil sonst bist du hier, wenn du hier blöd reinkommst, bist du verloren. Das ist wirklich ein bisschen... Man hat es mit dem Turm echt übertrieben, dass es auf jeden Fall kein einsteigerfreundliches... Ähm, ja, so, also beziehungsweise nichts für casual. So, äh, mache ich mal kurz meine Mathe an. So, äh, Sekunde, was habe ich denn hier? Ich brauche 537.597 zum nächsten Level ab. Und wie viel habe ich? 521.000. 521.000. 521.000. 921.000. Jetzt habe ich mich vertippt. 925.000. Okay, 15.000. Ähm, ähm... Trochenzombie. Wird jetzt ein bisschen nervig, aber so ist es. Ähm, Trochenzombie stückt, das ist ganz gut. Geht's hier weiter? Nein, okay, noch nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ich gucke wirklich immer nur gerade die Ebene an. Gucke, wie der eigentliche Weg ist, wo was zu finden ist, wie was verknüpft ist. Und von daher... Oh, das passt einigermaßen. Ah, ne, von da muss ich ja kommen, genau. Das ist einer der Wege. Geht man hier lang und dann rechts nach oben. Alles klar, okay. Yeah, kritischer Treffer. Das ist natürlich blöd, wenn der Wallner für den Wallners Schlag aus... Ne, das ist eigentlich alles cool. Vom Damage her bin ich gut dabei. Hier und dann nach rechts, okay. Drei Todesritter. Hm, hm. Es ist immer schön, wenn ein Crit kommt. Jawoll. Jawoll. Schön. Wunderbar. 1200 ist natürlich... Naja, wenigstens schaffe ich dann bestimmt noch Level 50 zu erreichen. Ich bin ja mit Level 45, kann man den letzten Zauber erlernen. Sagen die zumindest. Ich weiß nicht, ob man mit 50 noch was kriegen kann. Hier geht's nach oben. Schön. Okay. Ich will mal was gucken. Direkt, direkt Glück gehabt. Zu früh gefreut. Maus bitte aus dem Weg. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja, gibt es. War ein Fehler. Ja. Okay, die bringen mich nirgends zur selben Stellung. Jetzt kann ich nur versuchen abzuhauen. Och, nee. Bei Pokémon war es wenigstens ein fester Weg. Bring mich doch bitte nur in den Anfang. Ja. Das war mies. Also, nee. Man kann... Nee, nee. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Also, wenn ihr ein Spiel im RPG Maker macht, sowas ist ein absoluter Killer. Sowas würde ich nie... sowas würde ich niemals jemandem antun. So ein random Hin- und Her-Teleport-Geporter. Einen festen Weg, ja. Aber das... Schön, dass man da ein paar Drohnen hat. Aber bringt halt nichts, weil es Müll ist. Guck's dir doch an. Schön, dass es hier einen Weg gibt. Aber wenn du einmal in den Teleportern bist, bist du halt gefangen. Und das ist... Ich hab's doch irgendwie geschafft. Okay. Es gibt natürlich auch einen Geheimweg. Ähm... Ich zeig den euch mal. Wenn man den Blick der Geiste hat, kann man sich den ganzen Scheiß nämlich ersparen. Ich wollte aber die Truhne noch, weil ich dachte, da gibt's wenigstens eine Rune oder sowas. Aber... Nee. Naja. Na, super. Ich hasse es, wenn... Blutung schadet, ist das, was eklig ist. Das ist das echt, was eklig ist. Malna greift dich selbst an. Alles klar. Hauptsache... Hauptsache weg. So. Ähm... Allein machen wir eine Vampirheilung. Das ist soweit okay. Dann kriegst du... Ja, gut, viel Lohen. So. Kannst du nämlich hier reingehen? Dann da hoch. Dann hier lang. Dann hier lang. Dann hier durch. Und dann nach oben. Und dann bist du wieder am Anfang. Jawoll. Jawoll, Jungs. Super. So will ich das sehen. So. Ja. Du kannst hier einfach durchrennen. Dann kommst du da oben raus. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn man den Blick der Geister hat, kriegt man das natürlich hin. Ich wollte natürlich die Truhen holen. Ähm. Ja. Mal vielleicht... Eine dumme Idee. Wie auch immer. Wir wissen jetzt, wie der Weg lang geht. So. Ja. Hier durch. Und dann Feuer frei. passt kritischer treffer schön 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 es passt zum glück bin ich einigermaßen gewappnet ich wollte die jetzt nicht so habe so stark bin ich jetzt nicht aber ich bin in einem guten level drin dreimal dunkler lord ist übel gibt aber natürlich wie der exp es bedeutet wäre natürlich wieder die 50 maximale ist wirklich die 50 und dieses scheiß verwirrungsscheiß geht nicht auf den sack super dann geht es hier hoch lass mich mal ganz kurz jetzt hier weiter scrollen hier ist nun der richtige weg angezeigt ich will mir aber trotzdem alles noch gönnen eisstaub sind wahrscheinlich nur so so gammel items die mich eigentlich nur daran bringen sollen die ebene komplett so durchsuchen aber so mache ich einfach wenn man so ein überblick über die ebene hat ist es eigentlich ganz cool da kann ich so einen kleinen linksbums machen es läuft so wieder ein tausender weniger wunderbar das müsste doch auch bald level abhaben 3.532.000 jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ich gucke gerade wo es lang gehen könnte wo ich lang gehen will da ist noch eine rote truhe die möchte ich mitnehmen ich möchte hier keine rote truhe auslassen wer weiß was da drin zu finden ist hauch des todes ist mies da kann nämlich passieren dass man schnell stirbt hauch des todes ist immer gemein dazt du du dich so wie lange sind wir dann fragen STEVEN sind und ich mache so bei 30 minuten wieder TV und machen wir weiter ich werde im apr das tun sich am stück machen klingen ja wieder so ein mist aber ich muss ich einlasse alles super und macht den platz der mit seinem haupt ist die 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 ganz kurz da bin ich okay. Dann gehe ich einfach mal hier lang. Ich gehe jetzt nicht den offiziellen Weg direkt. Ich will mich, wie gesagt, hier nochmal überall umgucken. Komm, Asuka, kritischer Treffer. Yeah, baby. Ja, ja, Lichtabwehr und alles von mir aus macht das doch. Oh, Schattenmagier. So. Tausende an Erfahrungen. Wunderbar. Dreimal dunkler Lord. Das ist okay. Auch wieder ordentlich XP. Ah, scheiße. Walna macht, Alain macht bei Walna keinen Schaden, weil durch die Vampyrrüstung ist mein Verteidigungswert so hoch und die Alain hat noch keine Vampir, hat noch keine Vampirprallen. Dementsprechend ist der Damage-Output für die Verteidigung zu gering. Das ist okay. Wunderbar. Dann sind die auch wieder weg. Weil, da müsst ihr doch bald Level abhauen. Ja. Beim nächsten Kampf. Okay. Lass mich raten, da gibt es irgendwo ein... Es gibt zwei Wege. Okay. Ja, passt das. In der Praxis hast du kleine Arsch. Du bist voller Fallen. Das war so klar. Die Frage ist, wie komme ich an diese rote Truhe? Alter, die Lane ist ganz schön gefickt. Und damit meine ich nicht den guten Weg. Alter, die ist gleich im Arsch. Oh, hast du aber gut gemacht. Hast du den Lümmel echt nochmal? Walna erreicht Level 48. Das ist gut. So, Vampirheilung. Blutfigur. Walna, ja. Und L.A. natürlich. Oh, eine Menge. Ich werde hier alles benutzen, was ich kann. Juckpulver. Und Speicherstein. Okay. Kann ich Blick der Geister benutzen? Warum bringt das nix? Warte mal, ich will mal was gucken. Ähm, komplettlösung. Die roten Thronen. So, ähm, Fundort. Das muss ich mal anders abwürzigen machen. So, ähm... Mal das Zimmer. Mördlich. Gewerbe. Also, neugendjährig. Ähm, dann schon abwürzigen. Das Zimmer. Mal die Gebirge. Das soll nichts Besonderes drin sein. Will da trotzdem hin? Die Frage, wie komm... Ich weiß, wie ich da langkomme. Äh, das war so klar. Das war so klar. Achso, ich muss ja da noch... ...verflixt. Nee, oder? Och, Mann. Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist schon gemein. Das ist schon echt gemein. Ah. Na gut. Okay, das hab ich. Das hab ich. Die beiden hab ich. Oh, mach ich jetzt so wenig Damage. So, ähm... Das muss man gut auffassen. Okay. Du, 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 du. Okay. Da ist nichts. Das hab ich gemacht. Den Weg bin ich gegangen. Ähm... Kann natürlich jetzt sein. Wie komm ich da runter? Ich will mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz wirklich was überlegen. Okay. Da lang muss ich sowieso. Das bedeutet, ich könnte nur gucken. Alles klar. So, ich geh jetzt mal hier lang, um einfach mal zu gucken, ähm, was da so auf mich warten könnte. Ich muss jetzt noch mal ne Vampir-Heilung machen, weil die Jungs und die Mädels ganz schön angeschlossen... Die Jungs und das Mädel sind ganz schön angeschlagen, aber die drei machen wir noch fertig. So, ähm, ja, wie gesagt, Abraxasturm ist so ein Hin- und Her-Ding, das ist nicht ganz so einfach, deswegen wird das wahrscheinlich, solange wir im Abraxasturm sind, werden wir dementsprechend, ähm, genauso vorgehen, dass ich halt mal so ein bisschen nachgucke, wie es so hin und her ist. Ich muss hier auch bei den, bei der Komplettlösung, bei den Ebenen ein bisschen scrollen und so ein bisschen gucken. So, ähm, okay, das war ganz gut. Walna braucht 619.000 bis zum nächsten Level-Up. Und wie viel hab ich? 540.000. Ja, 79.000 brauch ich. So, Lane macht mal ne Vampir-Heilung, wunderbar. Ich weiß nicht, ob er so schlau ist. Weil das ist kein, also, was heißt offiziell, das ist jetzt kein Weg, den ich lang gehen muss. Der eine Gegner, der schon fast tot ist, den hauen wir nochmal mit dem Kritt einer rein. Warum sind die aktuell so schwach mittlerweile? Sind die so geschwächt? Lane hat Level 48 erreicht, das ist super. Ich muss schon sagen, die Innenarchitektur dieses Turms ist faszinierend. Sogar Blumen stehen hier. Ich weiß, wo ich bin. Das ist halt nur die Frage, was bringt's. Na, ein Tragebuch. Vielleicht find ich ja was. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Todeszauber gewirken, ob's daran geht, dass wir so ein hohes Level haben, dass die uns nicht sterben. Aber laut Lösung ist die Wahrscheinlichkeit 70%, dass die uns sofort killen, wenn wir hier rumeiern. Ist aber egal. Ich würde sagen, wir machen hier einen Stopp und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis später oder bis dann. Macht's gut.